Moin zusammen und schön, dass ihr wieder da seid für eine neue Folge mit meinem Schurken Wiesou. Gucken wir mal, wir sollten ja hier was abschließen. Einmal nach oben. Wo ist es denn? Ach ne, ich muss hier unten anquatschen. Ach ja. Ist jetzt schwierig manchmal, ne? Ich bin bereit, lass es gehen. Los, komm. Ja, ich folge dir. Ich bin schon da. Sieh zu. Können ja in der Zwischenzeit mal die Muschel öffnen, so. Nix. Einmal nix. So, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Oh, die Schuhe sind irgendwie... Ja, die Welchen... Die Fellstiefelchen. Bisschen groß für mich. So. Kommt zu uns. Da ist er. Na, komm. Ich bin daheim. Das haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Moment, mal Schuhkaffee. Ah. Die ganze Familie ist tot. Na. Ups. Das ist zu weit. Ja, das war's schon, ne? Sterb den da ran. Ja. Sehr aufregend. Was hast du hier noch, schönes Snicks? Priesterlehrer. Mhm. So, dann machen wir mal da nebenan. Äh. Ja, doch. Wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn? So. Kochen lerne ich jetzt mit dem nicht. Das kann ich alles später noch machen. Und wieder hoch zum Magistrat. Mein Gott. Da kriegst du Kilometer Geld. Wobei, normalerweise hast du noch viel mehr Kilometer gehabt. So. Moin, Meister. So. Wir sind Stufe. Kann ich jetzt schießen? Ja. Am Bollwerk. Ich bin Stufe 12. Ja. Und wir können jetzt schießen. Cool. Es gibt nichts anzugreifen. Kann ich. Zum Bollwerk könnte ich fliegen, glaube ich. Ja. Machen wir das mal so. Süß, wie hier das Freudezeichen ist. Von dem. Hier. Von dem hier. Guten Tag. So. Müssen wir, glaube ich, einmal zur Brücke. War das hier vorne? Die Brücke? Ja. Müsste. Kreuzung, Brücke. Irgendwann ist das schon. Das ist ein Hundi. An dem fahre ich jetzt vorbei. Ich meine, so lange werde ich auch ein bisschen zu groß für die Ecke hier. Aber ich könnte ja gleich mal gucken. Erstmal gucken, was ich hier so habe. So. Kehrt. Ernsthaft, da war ich gerade. Kannst du mir schon was beibringen? Nee, wir haben noch keinen Skill 50. Können wir noch unterwegs noch ein paar Mobs kloppen? Dann werden wir wieder zurückkommen. Nee, das ist nicht heukbar. Verdammt. Na gut. Wieder zurück nach Brill. Weil es so schön ist. Mann, 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 Mann. Ich kann ja mal gucken, ob ich zum Bollwerk fliegen kann. Wäre vielleicht ein bisschen entspannter. Ich hätte die Quests vorher abgehen sollen. Jetzt bin ich quasi wieder da, wo ich gerade angefangen habe. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht gerade schon bei ihm war. Unter der Brücke steht ja auch... Unter der Brücke. Unter der Treppe steht ja auch noch in der Ecke einer. Ich muss auch gerne mal gucken gehen. So, Quests abgegeben. Da. Da in der Ecke steht auch noch jemand. Hi. Schurken. Ach, das ist Schurkenlehrer. Gut. Mit denen machen wir jetzt erstmal so nix am Hut. Früher brauchte man die. Heute brauchte die den nicht mehr. So, Flugmeister, Flugmeister, Flugmeister hier. Gucken wir mal kurz, ob die uns irgendwo hinfliegen kann. Ich bezweifle aber, dass die uns zum Bollwerk bringt. Hi. Hallo. Uh, die Fliebung ist trotzdem. Doch, da hin. Ja dann, auf, auf, auf. Wir hätten zwar unterwegs so ein bisschen Tiere kloppen können. Nee, wenn wir mal fliegen können, dann tue ich es natürlich auch. So, könnt ihr mal in der Zwischenzeit mal gucken. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gürtel. Ja, Gürtel war gut. Armschienen. Oh, hatten wir gar keine Ahnung. Oh mein Gott. Stiefel haben wir schon ausgetauscht. Hosen haben wir accountgebunden. Passt. Haben wir alles. Guck mal, da ist noch ein Täschchen. Ich packe mal kurz die Sachen fürs Aha nach unten. Ja, der ist gebunden. Das können wir verballern. So. Guten Tag. Ich bin die Neue. Ich sollte hier hinkommen. So, die letzten Aufgaben hier drüben. Ah, okay. So, Bärchen töten. Äh. Ach, da. Muss da lang. Jo. Das kriegen wir hin. Da drüben ist nix. Das heißt, wir müssen einmal hier vorne die Bären. Das hatten wir ja letztes Mal schon, ne? Die da hinten. Zum Beispiel. Dann gehen wir da mal rüber. Ein schneller Windreiter. Wieso habe ich einen schnellen Windreiter geleistet? Reiten ist noch, äh, ein bisschen. Ein bisschen weit weg. Jetzt muss ich mal gucken, wie da beim Schließen hier. Funktioniert nur Geld. Wow. Ich stelle den mal einen weiter. Ich muss mir da, glaube ich, nochmal angucken. Oh, cool. Habe ich die jetzt quasi ins... Habe ich die Fledermaus jetzt mit dem Schuss weggemacht? Lol. Ich bin da mal ein Jäger. Das gibt's ja nicht. Guck dir halt an. Naja, ne? Der Schurke von heute. Der Jäger von morgen. Eieiei. Ja. Kann man mal machen, ne? Rennen wir halt jetzt durch die Gegend und schießen die Viecherhalle mit der Pistole ab. Brauchen hier keine Kugel. Ja, komm, setzen wir uns mal wieder einen zurück. Oh, ich hab verfehlt. Ist ja auch mal entspannt, ne? Einfach mal auf die Viecher zu schießen. Instant Kill. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's echt nicht. Mit einem Schuss mach ich den... ...den Mob lang. Oh, 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 oh. Dass den Jäger gefällt, ich weiß ja nicht. Das Gute ist, wir skillen mal eben noch Lederverarbeitung hoch. Dann können wir, bevor wir rübergehen, auf die andere Seite können wir vorher noch in den Händler und an der Kreuzung gehen. Also früher hat mal, hab ich mit meinem Schurken das Schießen dafür benutzt, um es irgendwo rauszupullen. Aber das hier, das ist schon sehr interessant. Sehr gut. Das finde ich irgendwie gut. Flop, der liegt da. Geil. Eieieiei. So, wir haben jetzt, äh, Leder. Kirschen an. 40. Ja, komm, mit Leben. Ich mein, wir müssen ja sowieso dauerhaft... Ich hab ja Lederverarbeitung mitgemacht, ne? Und zwar, weil die Rezepte, die in Dungeons etc. droppen, die kannst du auch nur mitnehmen, wenn du den Beruf auch hast. Ne? Und wo sind jetzt die anderen, die wir töten sollen? Äh, da. Ja. Ne? Muss ich da hin? Muss ich da hin? Muss ich da hin? Oder dahinter? Ich glaub, ich muss sogar dahinter. Komm her, Lederverarbeitung. Komm her, Lederverarbeitung. Komm her, Lederverarbeitung. Da. Ja, wir haben einen Friedhof... Aber die sind ein bisschen groß. Oh Gott. Die brauchen noch nicht viel weniger. Lol. Komm her, Leder. Ja, kann man als Schurke jetzt so durch die Gegend rennen. Kann man auch mal machen Die schießende Folge Zack Heute rennt der Schurke Du musst schießen durch die Gegend Ist auch mal was Achso, das ist hier die Quest Wo Ah, ich glaub ich weiß So Wir brauchen jetzt von den anderen noch welche Die stehen ja hier drinnen Hauptmann liegt auch Gehen wir mal kurz gucken Oh, da geht's nicht weiter Na, spätestens wenn das ist Dann weißt du, da kommst du nicht rum Aber ich glaube, hier hinten ist nur eine Oh, sind sogar zwei Komm her du Ich glaube ich hätte vorher mal den Mein, 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 mein Ruhestein ins Bolberg legen sollen, oder? So Und wieder zurück Auf dem Rückweg da noch gucken Vielleicht schaffe ich es ja noch meine Punkte voll zu kriegen Komm her du Wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei 46 Ja, sollte schon Sollte machbar sein Komm her Bärchen Ja Das ist es halt mitberufen, ne? Wenn man die mitmacht Komm her du Bitte würden ja auch sagen Ne, mach das doch in Draenor Ne Ich mach das ganz gerne jetzt Damit ich unterwegs auch die Rezepte kriege Weil ich hab keine Lust Später alles nachträglich zu fahren Was man ja oft machen muss Ach komm Komm her du Schön Wie gesagt, ich meine Erster Schocke, der ist schon so ewig her Das ist mal eine ganz lustige Spielmechanik hier Komisch Komisch, 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 komisch So Jawohl Die 50 ist voll Alles andere ist jetzt nur noch unterwegs Geradeaus durch So Gucken wir mal Wir müssen bestimmt gleich wieder zum Turm Ja, okay Das ist Schneiderei Aber die rote Leinenrube Ist genauso selten wie Ähm Die Ketten Die Brustplatte da Die Brustkette Die auch in jedem Startgebiet da droppt Und alles so seltene Drops Ich glaub das A Ist immer schweinevoll damit Wir haben die früher Teilweise sogar hinterher verkauft Weil die nix mehr wert waren Weil das Reinsetzen ins A War teurer Wie Ähm Wie das Ding beim Händler verscheuern Und ich finde Es macht doch keinen Sinn Sachen ins Auktionshaus zu stellen Unter dem Preis Ich meine Wenn das Ding sowieso schon nur zwei Silber kostet Und ein Silber ja schon Auktionskosten sind So Wir müssen zu den Spinnen Was verlangt ihr? Was verlangt ihr? Findet euren neuen Verbündeten in Scharlachoten Lager statt in Tieres Okay Da oben Das heißt wir laufen jetzt den ganzen Weg wieder zurück Hier ist der Turm Wir laufen dran vorbei Na guck mal da war das Die Ecke ja auch schon fast fertig Ob wir es jetzt noch auf Stufe 50 bringen Na Müssen wir da mal gucken Äh 15,50 Müssen wir da mal gucken Da müssen wir echt mal schauen So Laufen wir am besten am Rand lang Umso weniger müssen wir uns um irgendwas kümmern Genau Ich bin ein bisschen erkältet Deswegen Für diejenigen die gestern Abend noch an Vorgestern Nicht gestern Vorgestern Abend Noch auf einen Stream gehofft haben Ähm Ich hab mich mal mit Tee und Decke Abgelegt Musste auch mal sein Ne Wir müssen nicht übertreiben Warum reite ich nicht? Ach ja Weil ich die Tiere in dem Zwischendrin noch mitnehmen wollte Wenn Ach Wenn welche da sind Aber das sieht gerade schlecht aus So Ich glaube Ja Wir können jetzt hier Spinnen kann man ja nicht häuten Spinnen kann man nicht häuten Letztes Mal wo ich hier drin war War ich ja mit Myronman hier drin Und hier sind ja auch noch die Rahmobs etc Mit dem hier kann ich die gleich mitnehmen Ne Guck mal Ja heute ist die schießende Folge Alex nicht hauen dafür Aber ich find das einfach so witzig Ich mag einfach mal ne schießende Folge machen Kriegerhose Ah Müssen wir mal gucken Übrigens Manche Sachen Die hier Droppen In dem Bereich Sind ein Schweine Gold wert Ne Deswegen wenn ihr noch beim Schar levelt Packt euch die Sachen an die Seite Oder schaut mit einem Addon Was sind die Dinger Ja sehr chaotisch grad gelaufen Was sind die Dinger wert Weil es kann wirklich sein Dass ihr zwischendrin was findet Was wirklich Unglaublich teuer ist Ich hab ja letztens erst live Stream erzählt Ich hatte ja den Rendon Drop aus einem Der Raids Ich weiß nicht wer das Ich glaub Nachtfestung war Und dafür hat mir einer 120k gezahlt Ne Für so ein 860er Umhang Unglaublich Aber naja Na Jeder wie er mag Und ausgeben mag auch So jetzt gucken wir mal Ist der Ramob überhaupt da So ich denke jetzt können wir mal reiten So Meistens läuft die ja hier durch die Gegend Glaube ich Lief die durch die Gegend Ich glaube Und die Ich nehm ich mit Euch nehm ich mit Leder, Leder, Leder Wobei kann das sein Dass ich die gleich haben Ne warten wir mal eben Kann es sein Dass ich die gleich Sammeln muss Äh Ich weiß es nicht Guck mal da hängt einer Hallo Tödlicher Neuhalter Verbundeter Stufe 13 Oh wir können jetzt klauen Bringt Liam Frost Zu ihrem Vater Im Turm am Kreuz Pharrepass Ok Achso Die war da oben drin Ja So wie muss ich jetzt Am besten Da ist der Weg Ja Jetzt müssen wir mit ihr Einmal da rumlaufen Oder was Jo Ja Machen wir das So Nehm ich unterwegs Noch ein bisschen Leder mit Wollte grad sagen Wo ist sie denn Sie sieht auch ein bisschen Schattig aus Junge Frau Hehehe Ich glaub die Kanone wird mein Lieblingsspielzeug Neben dem Haken Schön Herrlich Wie gesagt Ich hab äh Mein Schurker hatte Kanolenschuss Der war auf immer da Ich hab den aber Den Schurken aber nicht gespielt Deswegen hab ich da Beim Schurken auch Nicht wirklich Übung Lustig Lustig So hier geht's Jetzt im Kloster rauf Da wollen wir nicht hin Wir müssen hier rum Und dann rechts Das ist schon interessant Dass wir so einen weiten Weg Mit ihr laufen müssen Ist ja doch schon ein bisschen Heftig oder Eieieiei Zack Komm her da So Stufe 13 haben wir Fehlen uns eigentlich noch zwei Mal gespannt Ob wir die zwei Level Noch hinkriegen Bevor Wir rüber gehen Weil das war ja Eigentliches Ziel Erst flieg zu werden Und dann Wir rüber gehen So also mal gucken Hier müsste Eigentlich Irgendwo gleich Im Weg kommen Ich mein nämlich Der war hier hinten Irgendwo hier hinten Es gibt Es gibt auch Stellen Es gibt auch Stellen Ach doch Es gibt auch Stellen In Im Allianz Also Nachtelfengebiet Zum Beispiel Da wo du da Nach Nach Dunkelküste Rüber kommst Da waren einige Sachen Da hab ich früher Ewig und drei Tage gesucht Gott hab ich da Gestanden Und die ganze Küste abgelaufen Und oh War schön War schön Nicht Weil wenn du nämlich laufen musst Ist das eine ganz andere Kiste Und da gab es dazwischen noch keine Flugpunkte Teilweise Und das hat den Wert 17 Gold Wollte mich verscheißern Für so ein Ding Was eigentlich Quasi Ah guck mal Diese Wer hat nämlich Da den Weg lang Gemuss Ja jetzt haben wir mal Dezent Hallo Ja Eigentlich müsste Lilien ja hier Alles töten Ja jetzt Mach es Das ist aber nett So Da lebt noch einer Lilien Das ist aber Schlappig gemacht Du Na wenigstens einmal Durch zu ranziehen Ne Normalerweise Zieht sie ja Den ganzen Farben Da Es ist so schön Dich Äh Ja Jetzt bringt sie erst mal die anderen Beine um Ich Äh So jetzt töte sie erst mal ihren Vater Und jetzt haut sie ab Jetzt macht sie erst mal einen auf Mord Und jetzt lässt sie mich hier stehen Ist nett von ihr oder Ob ich denn meinen Ruhestein Im Brill Ja Ähm Ich fliege da mal kurz nach Brill rüber Weil ich mag jetzt hier nicht den ganzen Weg wieder zurückrennen Faules Stück Die ist äh Meine Hexe Hat glaube ich am Anfang ein, zwei von den Dingern verkauft Die hat ja sofort Die hat so schnell so viel Gold auf der Tasche gehabt Das ist unglaublich Was Was ich hab Abgenutzte Lederhose habe ich 94 in der Tasche Kann ich mir nicht vorstellen Kann ich mir nicht vorstellen Dass ich 94 Hosen auf der Bank habe Ne Das Add-on ist manchmal auch ein bisschen Ne Ne Aber hier Der Streitkollen 834 Letzter Marktpreis So Guten Tag Gehen wir die ganzen Spaß mal ab Zack Neuer Beutel Zack Am Bollwerk im Tieresfall Machen wir Wo sei denn Äh Da vorne Hallo Guten Tag Ich bin verlassen Auf zu besseren Taten Im Brill Ich möchte nach Brill Tschüss Ja Geben wir da ein, wo wir gerade herkommen Ich hoffe die haben jetzt noch ein, zwei Quests für mich Wir sind jetzt auf dem halben Wege zu 14 Ja Also da ist das Kloster Aber hier haben wir noch nicht gequestet Hier wäre vielleicht noch eine nette Sache Vielleicht hat er noch was für mich Mal gucken Ansonsten Könnte man es ja eigentlich auch so machen Wir Questen erstmal weiter Und dann zum Dann gehen wir erst wieder zurück Aber ich, wie gesagt Ich möchte nicht schon wieder in den Silberwald Eigentlich wollte ich jetzt nach OG rüber Und Immer vom Teutel spricht Da ist OG Der Port Du willst mit mir reden Jawohl Hi Raus mit der Sprache Raus mit der Sprache Ja, das war's Ich, ich glaube wir sind durch Ich glaube wir müssen da unten hin Ja Da wollte ich doch nicht hin Na gut Da wird uns wohl Weil wir dieses Insel wechseln Ist dann auch doof Na komm Dann starten wir doch da vorne Fahren wir mal an Unterstadt vorbei Schön winken Ich würde aber sagen Wir machen jetzt hier die Folge zu Ende Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Unten im Silberwald Bis dahin Ich danke euch Bye Bye